ja daniel wir wollen ja heute mal über die black eyed children sprechen ich habe da ja vor kurzem ersten video auch auf meinem kanal aufgenommen und dann fandest du ja anscheinend auch ganz interessant dieses thema ich weiß nicht ob das allgemein so bekannt ist dieses phänomen der black eyed children ist doch eher so ein rand erscheinung der grenzwissenschaftlichen themen weil man jetzt auch nicht genau weiß kann man sitzt als urbane legende einordnen oder es ist tatsächlich was reales also viele vergleichen es ja mit so internetphänomenen wie dem slenderman oder so das heißt dass das gar keine beweise oder zumindest keine aussagekräftigen beweise gibt ob es dieses phänomen wirklich gibt oder ob das nur eine erfindung von ein paar leuten ist aber ich finde es ist schon genügend anscheinend passiert es gibt genug berichte seit den 80ern ja eigentlich hat es angefangen so dass man das thema vielleicht doch ernst nehmen sollte und es nicht nur als ja quatsch oder als legende abtun soll ich habe das bis jetzt auch immer in die kategorie slenderman gesteckt so urban legends ich habe einiges darüber gehört ich habe podcast darüber gehört aber eigentlich nie was konkretes und nie irgendwie einen bericht gehört dem ich jetzt wirklich glauben schenken könnte also ist ein bisschen schwierig für mich das thema ja aber erzähl mir erzähl mir mehr ja obwohl es ja eigentlich eben schon recht lange gibt also soll sein ursprung in 80ern gehabt haben anfang der 80er in england soll das ganze begonnen haben da hat angeblich eine frau ich glaube in einem park oder so ein kleines mädchen gesehen mit schwarzen augen diese dann halt eben von ihrem ganzen erscheinungsbild also nicht nur die schwarzen augen auch ein ganzes auftreten die haut wird ja oft als sehr blass beschrieben die kinder werden auch nicht als sehr freundlich die sehen also alle ein bisschen ernst aus einfach nicht so wie typische kinder und ganz besonders prägnant natürlich diese tiefschwarzen augen die also den ganzen den ganzen augenbereich einnehmen und die da ist es anscheinend das erste mal aufgetreten diese frau hat es so ein bisschen ins rollen gebracht und dann haben sich nach und nach immer mehr leute gemeldet die angeblich solche kinder gesehen haben also zum größten teil erscheinen die entweder an der haustür das ist das was am häufigsten berichtet wird oder wenn man auto zum beispiel irgendwo geparkt hat und man sitzt zum beispiel drin an der ampel oder mal fünf parkplatz dann ist es eben auch schon passiert dass diese kinder an die tür kamen haben die scheibe geklopft oder eben an der haustür haben sie geklingelt ja und wenn man dann halt aufmacht es passiert auch meistens zu später stunde also schon dunkel ist nicht irgendwie im nachmittag sondern meistens in der eben später abend dann stehen die mitunter vor einem meistens zwei das wird am häufigsten berichtet entweder zwei jungs zwei mädchen junge und mädchen ja und die werden relativ schnell auch sehr direkt also die stellen dann forderungen sie wollen entweder im auto mitgenommen werden weil sie jetzt irgendwo hingebracht werden müssen oder sie wollen in die wohnung ins haus rein das wäre jetzt ganz dringend sie müssen entweder dringend telefonieren oder sie müssen mal dringend auf die toilette also solche forderungen stellen die halt so forderungen die oft von erwachsenen auch gerne kindern ja kann bei kindern auch gerne eingelöst werden dass man man lässt die ja dann auch wenn ein kind dann vor einem steht und sagt oben muss dringend auf die toilette dann haben ja die wenigsten erwachsenen angst sondern man lässt die kinder dann auch gerne rein das sind also schon genau solche vorwände die diese kinder auch nutzen wo sie wahrscheinlich davon ausgehen dass viele erwachsene sie dann auch rein lassen werden aber es hat oft ihr gesamtes auftreten ihr erscheinungsbild was die menschen ein bisschen davon abhält die meisten lassen sie eben nicht rein zumindest die berichte die man kennt man weiß ja nicht ob es ob es berichte auch gibt bei denen reingelassen worden sind und die leute im nachhinein nicht mehr in der lage waren zu berichten von den kindern man weiß ja nicht was dann passiert wäre man kennt ja eben nur die aussagen von zeugen diese eben nicht reingelassen haben meistens halt mit der begründung weil die kinder sehr gruselig gewirkt haben vom ganzen erscheinungsbild am anfang haben sie die augen noch oft noch gar nicht gesehen das heißt die kinder haben oft eine kapuze drüber wie auf dem bild hier auch bei mir zu sehen ist das heißt die augen werden noch gar nicht so deutlich sichtbar die köpfe sind nach unten gerichtet sondern die sprechen erst mal nur lass mich rein ich muss aufs klo ich muss telefonieren und wenn man halt dann nicht nachgibt direkt dann werden sie immer deutlicher wiederholen ihre forderungen immer massiver und dann irgendwann heben sie auch mal ihren kopf und dann soll man angeblich diese tiefschwarzen augen sehen die richtig dämonisch wirken und dann ist natürlich vorbei dann lässt keiner mehr die kinder rein dann werden die türen mitunter gleich zugehauen oder dem auto wenn man sitzt aufs gas gedrückt und weg so ja auch dann eben ab den 90ern fing es dann auch in den usa wie gesagt 80er england dann war eine zeitlange ruhe und dann ab den mitte der 90er wurden in den usa die ersten fälle bekannt und besonders bekannt hat es dann eben dieser eine journalist gemacht der us-journalist der brian byron bethel der hat dann selbst so eine erfahrung gemacht auf dem parkplatz im auto sitzend kamen eben auch zwei kinder ich denke zwei jungs die dann auch geklopft haben und sie wollten unbedingt irgendwo hingefahren werden da dann auch direkt diese schwarzen augen gesehen auch das ganze gesamterscheinungsbild und das war natürlich überhaupt nicht geheuer und dann hat er direkt auch die flucht ergriffen mit seinem auto und der hat es dann ein bisschen ins laufen gebracht auch dass es dann immer bekannter wurde und publiker wurde da dann also auch fälle gesammelt hat dann geschaut wo leuten sowas noch passiert ist und hat es dann alles gesammelt und das dann rausgebracht und es hat sich eigentlich bis heute gehalten gibt es doch fälle bei denen die polizei ermittelt hat ist mir jetzt nicht bekannt ob die leute da anzeigen gemacht haben ich gehe jetzt mal eher nicht davon aus weil sie haben ja keine straftaten in dem sinne begangen was will man da also machen ich meine kannst natürlich wenn du jetzt als alleine zu hause bist abends als frau vielleicht und es klingelt an der tür und dann stehen zwei solche kinder davor und wollen unbedingt rein dann ist es zwar gruselig aber die machen ja nichts also wenn du sie nicht reinlässt passiert ja angeblich nichts die gehen ja dann irgendwann einfach wieder oft lösen sich einfach in luft auf also es gibt zeugen berichten die haben gesehen wenn die weggelaufen sind dass sie dann einfach verschwunden sind im nichts also deswegen ist ja die frage was steckt überhaupt dahinter aber polizei denke ich jetzt eher nicht weil wie gesagt die haben ja nichts angestellt also was willst du dann die polizei rufen was willst du zu denen sagen die haben kinder bei mir geklingelt dann sagen die ja und haben die irgendwas angestellt und du sagst nö die haben halt geklingelt wollten rein also in der hinsicht kenne ich jetzt keine fälle und hätte ja auch zu keinen ergebnissen geführt wenn die polizei da gewesen wäre waren die kinder ja eh schon weg die waren weg und es kam auf die uhrzeit an dass vielleicht die polizei sagt wir gucken trotzdem mal nach ja das kann natürlich sein also mir ist jetzt kein fall bekannt aber ich bin da jetzt auch noch so tief dann reingegangen dass dass ich da irgendwie recherchiert habe was es alles für fälle gibt und wie die dann jedes mal ausgegangen sind man konzentriert sich auf die fälle die halt im allgemeinen bekannt sind die im internet kursieren aber ich denke da wird es natürlich sehr viele fälle geben die nicht bekannt geworden sind wie gesagt die frage allein schon was passiert wenn man die wirklich reinlässt gibt es vielleicht augenzeugen die auch noch leben die das tatsächlich gemacht haben was könnten die uns erzählen seltsam dass es da halt kein bericht gibt das frage ich mich eben da gibt es gar nichts also das einzige auf was sich das phänomen beschränkt ist dass es vermeintlich kinder sind die da klingeln mit tief schwarzen augen aber man weiß gar nicht was passiert man weiß nicht ob sie an den kragen wollen die ans leben wollen das weiß man gar nicht das ist schon ja der vorwand also was dahinter steckt was das ziel eigentlich letztendlich ist das weiß man nicht irgendwann ziel scheint diese kinder angenommen jetzt die gibt es wirklich wir reden ja wie gesagt immer noch von einer sache die naja also wir wissen nicht ob es es wirklich gibt angenommen es gibt es jetzt und diese kinder sind tatsächlich weltweit schon irgendwo aufgetaucht dann ist halt die frage was ist das ziel von ihnen warum wollen die unbedingt rein man könnte da manche glauben ja eben dass es vampire sein könnten also wenn man es auf die darauf zu sprechen kommen was das überhaupt für wesen sind dann die eine gruppe glaubt es könnten vampire sein eben aufgrund der blassen hautfarbe vielleicht auch die augen könnten ein bisschen für vampire sprechen und dass sie halt eben unbedingt rein wollen aber nicht rein kommen wenn sie anscheinend nicht rein gebeten werden das kennt man ja auch aus dem vampir glauben her und dass es sich dann auch wenn sie gehen mitunter in luft auflösen kennt man ja auch mitunter vom vampieren manch verwandelt sich eine fledermaus was auch immer oder verschwinden einfach also das ist die eine gruppe die glauben sind vapiere die andere gruppe ist sagt es könnten dämonen sein die optik natürlich durch die tiefschwarzen augen kennen wir ja alle aus den filmen haben dämonen ja meistens tiefschwarze augen auch ihr aggressives auftreten also sind ja nicht gerade sehr freundlich denn die die forderung werden ja auch immer massiver wenn die leute sie nicht gleich reinlassen dann berichten ja viele zeugen dass sie dann richtig richtig aggressiv von ihrer tonart her geworden sind von ihrer aus von ihrem ausspruch ja auch einfach dann ich will jetzt unbedingt rein dass mich jetzt also das ist dann nicht mehr so ein freundliches bitten gewesen sondern es war dann schon mehr so eine forderung ich will jetzt unbedingt rein wenn du es nicht machst so ungefähr also deswegen glauben auch manches könnten dämonen sein oder was ich auch für relativ plausibel halte ist die theorie von hybrid wesen vielleicht elgen hybrid wesen das könnte ich mir auch gut vorstellen kann ich mir nicht so vorstellen ich verbann das irgendwie immer noch so in die in die richtung urban legend und ja dass er so eine so eine so eine coole geschichte ist es gibt eine augenkrankheit die nennt sich aniridia wenn ich mich richtig erinnere da ist das alles sehr schwarz und dann augen wirken sehr schwarz dass ja aber schwer vorstellbar dass so viele menschen verschiedenen orten sowas haben und dann noch bei so vielen verschiedenen kindern das auftritt ja schwierig und die die tatsache dass die wenn es denn wirklich wahr sein sollte dass die reingebeten reingebeten werden wollen das spricht schon für die geschichte der vampirer bei vampiren wie du schon sagst da sagt man die müssen reingebeten werden und ja wobei wir halt natürlich sagen müssen vor diesen drei theorien die ich jetzt genannt habe diese drei paranormalen möglichkeiten äh ist vampire ja trotzdem auch wieder das was ja was am ehesten in den bereich der fantasie rein schieben muss dämonen sind ja eher vorstellbar und aliens natürlich auch vampire ist ja dieser typische vampire glaube wie man das in kinofilmen kennen wir hatten ja auch schon mal eine sendung über vampirismus gehabt da haben wir das ja auch ausführlich besprochen geht ja auf ganz andere sachen zurück im mittelalter und so weiter auf mit der unter nicht erkannte krankheiten die die menschen hatten also deswegen vampire hört sich natürlich wenn man jetzt das auftreten der kinder in dals hernimmt hört sich das natürlich sehr vernünftig und logisch an aber ich halte halt eben vampire von zwischen dämonen vampire und außerirdischen führt die spezies sich am unwahrscheinlichsten halt dass es die überhaupt wirklich geben könnte also ich stelle da vampire und dämonen schon auf eine stufe wenn ich ganz ehrlich bin machst du ja ja natürlich also wenn du wenn du sagst vampire ist das was er so ja der folklore zuzuschreiben ist zuzuordnen ist würde ich sagen dämonen aber auch ja indirekt natürlich beschreibt man vampire auch mit unterhaltsdämonen aber wenn man jetzt diese eigenschaften von vampire nimmt dieses was er in erster linie das ist blutsaugen und sich dadurch am leben erhalten dem man das blut von menschen saugt wenn man halt jetzt diese diese randerscheinung mit dazu nimmt dann halte ich ein vampire für das zumindest von diesen drei charakteristiken also vampire dämon oder außerirdischer ja am unwahrscheinlichsten eigentlich dass das wirklich gibt was macht ein dämonen dämon für dich eigentlich realer als ein vampire zum beispiel welche tatsache ja das ist jetzt schwierig zu sagen dämon ist ja vom vom eigentlichen glauben her ja auch ein gefallener engel also das gehen wir ja jetzt religiöse rein diese dann satan der mit sein mit seinen gehilfen damals im himmel rebelliert hat und dann von gott sozusagen auf die erde in die hölle verband worden ist die ganzen dem engel die damit gefallen sind sind ja eigentlich ursprünglich also wie gesagt das sind ja eigentlich die dämonen also dämonen sind eigentlich die gefallenen engen von von damals gut da kann man jetzt auch wieder sagen naja ok religion und gott und all das gibt es wirklich aber ich verbinde dämonen dann vielleicht eher mit so wesen aus anderen seins ebenen die vielleicht von ihrer ganzen natur her einfach keine positiven wesen sind also ich muss jetzt nicht unbedingt dieser gefallene engel sein oder oder das was wir in kinofilmen an dämonen präsentiert bekommen sondern dämonen könnte ja auch einfach aus einer eben aus einer parallelwelt aus einer zwischenwelt also nennen was auch jenseits was auch immer vielleicht eine art seelenloses wesen bösartiges wesen was vielleicht irgendwie spaß daran hat menschen zu quälen oder die vielleicht auch wirklich einen menschlichen körper brauchen um den zu bewohnen wie man von besessenheiten erkennt um dann irgendwo wieder lebendig oder so zu sein also ich sowas verbinde ich eher mit einem dämon und vampir ist für mich ja schon eine schon eine eigenständige persönlichkeit die ja wenn man im glauben nachgeht in unserer welt auch real existiert die kommt ja nicht aus einer zwischenwelt sondern sie ist ja also ein dämon kommt ja eigentlich eher dann aus einer zwischenwelt der mitunter auch gar nicht keinen materiellen körper hat der ja um überhaupt materiell zu sein menschen besetzen muss sonst ist er ja für uns nicht sichtbar und dämon ist ein vampir ist ja eigentlich vom glauben her ja eigentlich ein materielles wesen also ein mensch der mal der man mensch gewesen ist und der dann eben sich verwandelt hat in den vampir den kannst du anfassen der muss dich nicht besetzen oder sowas deswegen unterscheide ich da dämonen von vampir schon ein bisschen ja ich finde auch ein vampir könnte ein wesen sein dass das irgendeiner zwischenwelt oder einer anderen dimension kommen könnte dasselbe sagen wir auch zum beispiel über bigfoot bigfoot kommt ja bei vielen auch vor als wesen dass es vielleicht schon immer hier auf der erde gibt vielleicht viele sagen eine affenart oder eine bärenart oder was weiß ich noch weiß es ja nicht hat noch keinen gesehen oder gefangen dann gibt es ja die theorie dass bigfoots eben auch oft gesehen werden zum beispiel in verbindung mit ufos mit ufos richtungen zack ist irgendwo ein bigfoot oder orbs das sind irgendwo fliegen orbs rum und zack taucht ein bigfoot auf also orbs und bigfoot bringen viele miteinander in verbindung und dementsprechend könnte ich mir vorstellen dass es mit vampiren genauso ist es muss ja nicht der klassische vampir sein der blut saugt vieles seiner und energievampir könnte natürlich auch sein ja ja wenn wir nicht diesen klassischen vampir nehmen wie wir ihn eben aus dem kino kennen oder aus brem stokes romanen kennen dann natürlich dann kann das theoretisch auch ein black eyed schild oder vielleicht ein vampir sein das ist natürlich klar wo kommt denn die geschichte dieser black eyed schild du sagst das erste mal ist es aufgetaucht in england sagst du glaube ich noch wann genau war das das war anfang der 80er genau das datum ich glaube 82 sowas aber da will ich mich jetzt nicht darauf fest bohren die meisten sagen im anfang der 80er es gibt aber eben auch die bericht von dieser frau da hieß es glaube ich 1982 anfang der 80er hast du mal irgendwie nachgebohrt oder nachgeforscht ob es da ältere berichte gibt über diese black eyed schildern vielleicht irgendwie ganz ganz alte berichte gibt die die dem vielleicht sogar nur ähneln also der ursprung dieser typischen black eyed schildern soll eben da in den 80ern gewesen sein sicherlich kennen wir ja berichte aus früheren zeiten von dämonischen wesen die dann auch diese optik eben hatten aber jetzt sind wirklich und da gab es mit sicherheit auch kinder die dann vielleicht als dämonen aufgetreten sind also ich denke mal das phänomen der schwarzäugigen kinder die wird sich nicht vorher auch schon gegeben haben aber diese geschichten jetzt dass die eben an die türen kommen und da klingeln und in zweiergruppen auftreten und wollen da unbedingt reingelassen werden das scheint eben dieses diese merkmale scheinen erst in den 80ern aufgetreten zu sein das erste mal und es hat sich dann ein bisschen verbreitet wo überall gab es das phänomen dann also eigentlich hauptsächlich england und usa da sind die eigentlich die meisten berichte bekannt ist es auf einen bestimmten teil der usa vielleicht beschränkt oder das kann ich dir nicht sagen das war also querbeet dann und in anderen teilen europas vielleicht auch noch habe ich noch nichts davon gehört ich kenne es wirklich nur von england und usa da stammen die meisten berichte her aber ich kann mir natürlich vorstellen dass die woanders auch aufgetreten sind es aber bekannt geworden sind sie eben in england und dann ab 1996 in den usa und das hat sich wie gesagt eigentlich bis heute auch gehalten es gibt immer wieder aus england wie auch das usa berichte davon dass es dass es wieder schwarzäugige kinder gegeben hat irgendwo inwieweit das natürlich inzwischen wirklich dann ja fakes sind und so wir wissen ja das internet wimmelt ja inzwischen nur so von fakes gerade im paranormalen bereich wird ja gerne solche gerade solche legenden werden ja gerne aufgenommen um dann irgendwie eigene geschichten zu kreieren um seinen youtube-kanal zu pushen weißt ja wir erleben ja da sehr viel in der hinsicht also was von den neueren fällen dementsprechend dann zu halten ist weiß ich jetzt nicht da würde ich den den älteren fällen eher noch glauben schenken wie wahrscheinlich hältst du es dass es wirklich passiert sein kann ja wie viel wie eigentlich alle paranormalen fälle oder dinge ich halte es für möglich aber ich bin halt immer vorsichtig mit einem abschließenden urteil also lange ich nicht für irgendwas einen eindeutigen beweis habe oder ein gegenbeweis habe bin ich da immer relativ offen heißt ich halt wirklich alles für möglich aber ich halte die augen und ohren offen damit ich kein fake irgendwie auferliegt und ja also vorstellbar ist es also wenn wenn es wirklich solche dinge gibt mit denen wir uns ja tagtäglich auch beschäftigen mit den ganzen paranormalen phänomen wenn es wirklich irgendwelche zwischenwelten gibt wenn es tatsächlich irgendwelche anderen wesenheiten neben unseren gibt dann halte ich schon für möglich dass es auch irgendwelche kindartigen wesen gibt die völlig schwarze augen haben und die vielleicht auch bei den menschen an der tür klingeln nur da ist halt wie gesagt echt die frage warum machen die das was ist das ziel davon was würde passieren wenn man die rein lässt das ist eigentlich das spannendste daran und da gibt es halt leider eben keine infos drüber eben entweder deswegen weil die menschen die sie reingelassen haben nicht mehr darüber sprechen können weil mit ihnen dann was schlimmes passiert ist müssen wir ja nicht vielleicht sind es ja tatsächlich so dämonen die auch seelen also das sind vielleicht gar keine materiellen wesen möglicherweise und die besuchen vielleicht auf diesem weg irgendeinen körper den sie dann besetzen können und vielleicht wird es dann wenn die menschen sie reinlassen ist es wie so eine art erlaubnis jetzt einzutreten und nicht nicht nur in das haus sondern vielleicht auch in den körper das weiß man ja nicht das wäre eben das spannende was passiert wenn man die rein lässt ja vielleicht hat ja einer von den zuhörern oder zuschauer eine spannende theorie was ist ja um was es sich bei dem phänomen handeln könnte dann schreibt uns mal in die kommentare leute vielleicht habe ich jetzt verpasst ist es ein phänomen das bis heute anhält ja ja da kommen jedes immer wieder kommen da berichte raus 2014 gab es glaube ich wieder ein paar fälle in den letzten jahren sicherlich auch wieder also da kommen immer wieder welche aber es hat nicht mehr so diese große sprengkraft anscheinend das ist halt jetzt inzwischen so ein paranormales phänomen geworden wie alle anderen halt auch es kommen immer mal wieder neue neuigkeiten dazu oder jemand berichtet dass ihm das auch passiert ist nur wie gesagt in der heutigen zeit bin ich da sehr vorsichtig geworden wir wissen ja dass das halt eben sich viele wichtig tun wollen und mit sowas kann man das ja ganz einfach machen wer kann das beweisen die das gegenteil wenn du da irgendwie behauptest da hat es gestern bei mir geklingelt und da waren zwei kinder mit kapuzen shirts davor der tür gestanden nachts und hatten peck schwarze augen wollten rein ich habe die tür zugehauen und die sind abgelaufen und haben sich in luft aufgelöst wer will dir das gegenteil beweisen wenn du das behauptest ist ja nun mal kein so verbreitetes phänomen ich überlege schon die ganze zeit ob es vielleicht bei uns hier im deutschen raum irgendeine sage eine legende gibt die der vielleicht ähnelt mir fällt gerade nichts ein da fällt mir wirklich gerade nichts ein da wäre es cool mit leuten zu sprechen wie mit gunther altenkirch der dieses museum des saarländischen aberglaubens betreibt und generell viel über das thema aberglaube weiß oder vielleicht ulrich magien mit dem ich auch ein gespräch geführt habe da mal nachzufragen ob die leute dahingehend was wissen ob es da bei uns ja hierzulande wie gesagt irgendwelche ja wie gesagt fabeln sagen legenden gibt die auf etwas ähnliches hindeuten das wäre ganz spannend da mal nachzuforschen und wie gesagt leute falls einer von euch das weiß ihr die die ihr zuhört und zuguckt dann schreibt uns dass man die kommentare rein bitte es ist auf jeden fall sehr interessant gerade im bereich dämonen oder irgendwelche fabelhaften wesen da gibt es ja so unglaublich viel ich meine da braucht man nur den mottenmann zu nehmen eben diese black eyed children du hast ja vorhin den big food genannt also es gibt ja so unfassbar viele wenn du da manchmal solche diese sendungen die ja gehäuft jetzt inzwischen auf den kanälen wie tlc oder sonstige doku kanäle kommen gibt es ja sehr viele so paranormale sendungen da wird ja auch oft auf irgend solche speziellen wesenheiten eingegangen dies oft nur in irgendeinem bestimmten bereich in der usa zum beispiel gibt vielleicht in einem waldgebiet dort da gibt es dann irgendein wesen dem dann auch einen namen gegeben wird den ein paar leute gesehen haben eben wie ich vorhin sagte diesen mottenmann zum beispiel also das ist ja unglaublich wie viel es da angeblich gibt und die frage ist halt dann ist das alles nur fantasie ist das alles nur schmarrn von irgendwelchen menschen die sich wichtig tun wollen die vielleicht irgendwas fehlinterpretiert haben ein tier vielleicht fehlinterpretiert haben oder wird die welt tatsächlich möglicherweise durch allerlei wesen besiedelt die aber nur ganz selten erscheinung treten vielleicht weil sie anders von der ganzen struktur sind das heißt dass sie vielleicht auch die welten wechseln können die ebenen wechseln können oder die sehr versteckt leben von denen es vielleicht nur noch ganz wenige arten gibt also das ist schon eine sehr spannende sache weil es eben so viele gibt weltweit gesehen jedes fast jedes größere gebiet auf der welt hat ja irgendwelche komischen sagen und legenden über irgendwelche wesen die bei ihnen da schon seit mitunter jahrtausenden existieren sollen die immer wieder dann mal wieder gesehen werden also nicht nur dinge die früher mal fahren sondern es gibt dann immer wieder menschen die auch aus der neuzeit sagen sie haben dieses wesen mal wieder gesehen und in sowas könnten ja diese black chillt und auch wenn es noch relativ neues phänomen ist ja doch irgendwo auch reinpassen es ist für mich immer wieder spannend wie genau wie beim ufo schrägstrich entführungsphänomen wie solche sachen sich verbreiten über die jahrzehnte dann auch länderübergreifend sich verbreiten und die geschichten eben stabil dieselben bleiben das ist ja in dem fall genauso erst war es in england sagst du in den 80ern und dann ist es in amerika leute berichten genau das gleiche aus amerika das finde ich schon das finde ich immer spannend die entführungsfälle ja wie gesagt da ist es dasselbe die leute schreiben fast die gleichen vorfälle mit den gleichen wesen mit den gleichen mit der gleichen umgebung mit den gleichen umständen gegebenheiten das macht das ganze spannend wenn ich wenn ich ehrlich bin halte ich gar nicht messig dem gar nicht so viel wahrheitsgehalt zu der sache mit den black eyed children nur finde ich wie gesagt auch wieder spannend dass es eben in england angefangen hat und dann nach amerika übergeschraubt ist und ich möchte fast ich möchte ja fast wetten dass wenn man ein bisschen nachbohrt dass man im südamerikanischen raum dann auch etwas ähnliches findet und so weiter und so fort ich denke das hat bestimmt auch schon größere kreise gezogen dann fragt man sich schon doch immer wie das funktioniert ob da wirklich was dran ist oder ob einfach nur jemand die geschichte so interessant fand und die dann übernommen hat das ist wie du sagst es gibt halt weltweite phänomene wie jetzt das auch das entführungsphänomen das ja dann wirklich in jedem land eigentlich schon aufgetreten ist und dann haben wir aber doch sehr viel lokale phänomene wie es vorhin schon sagte ein wesen das einfach nur in einem bestimmten landstrich auftaucht und sonst noch nirgendwo anders gesehen worden ist nur in diesem einen gebiet und das finde ich mal sehr spannend und die black eyed children sind zwar ein weltweites phänomen aber eben doch ein bisschen auf die usa und england beschränkt zumindest was bekannt geworden ist wir reden ja doch wie wir es anfangs schon sagten von einem relativ unbekannten phänomen noch das von dem vielleicht viele noch gar nichts gehört haben möglicherweise wenn das mehr in die in die medien kommen würde dann würden sich möglicherweise auch viel mehr menschen rauswagen und sagen ach ja bei uns ist es auch passiert und plötzlich hast du fälle aus deutschland aus china aus japan und da wirst du merken es ist doch nicht nur ein phänomen was england und usa hauptsächlich betrifft sondern doch viel mehr länder auf der welt manchmal braucht es ja doch erst mal eine zeit bis ein phänomen das lokal anfängt dann urplötzlich sich über die ganze welt verbreitet eigentlich schon immer weltverbreitet war aber niemand vom anderen eigentlich wusste dass der das gleiche phänomen hat und erst wenn einer dann mit in die öffentlichkeit geht erfahren dass dann die menschen aus dem anderen land die das gleiche phänomen erlebt haben aber bisher nicht wussten dass es auch außerhalb ihres ihres landes vielleicht auch existiert ja dann wird es plötzlich zu was großen ja das ist sehr spannend ich bekomme richtig lust zu versuchen mit leuten zu sprechen die da betroffen sind von diesem phänomen ja das ist was das bringen würde ist die frage und die leute die dann das vielleicht auch öffentlich im internet irgendwo schreiben die werden natürlich dann voller inbrunst auch erzählen was sie da gesehen und erlebt haben ob es denn stimmt was man am ende vielleicht doch nicht aber in einem persönlichen gespräch und wenn du den leuten dann auch in die augen gucken kannst wenn es nur über zoom ist kannst du trotzdem einiges ablesen von aus der körpersprache ob da vielleicht was dahinter steckt oder nicht dass es wäre schon schwer es wäre schon sehr spannend mit so jemandem zu sprechen ja es ist halt seitdem die internet zeit alle angefangen haben wir als solche phänomene verstärkt dann also du hast ja vorhin auch mal den slenderman mal kurz erwähnt das ist ja ein rein entstandenes phänomen irgendeiner hat das mal in die welt hinaus posaunt hat irgendwie sich einen spaß gemacht und dann hat es aber so einen psychischen effekt anscheinend ausgelöst bei manchen leuten dass das diesem eigentlich fiktiven internet phänomen für manche leute realität geworden ist also manche schwören ja drauf sie haben tatsächlich danach irgendwann mal den slenderman gesehen also das jetzt dann die frage ob das ob man man sagt ja so oft gedanken erschaffen materie wenn wir jetzt mal so weit gehen und es wirklich glauben vielleicht können solche geschichten tatsächlich irgendwas entstehen lassen um mal kurz der montag zurückzukommen diese montag phänomene die es da gab es montag projekt da soll es ja auch gewesen sein dass diese probanten die in diesem montag stuhl saßen die haben ja im prinzip durch ihre gedanken weil sie halt die perfekten probanten dafür waren sie hatten halt die fähigkeiten konnten durch ihre gedanken über diese verstärkung von diesem stuhl konnten dann dinge erschaffen werden die sie eigentlich gedacht haben so hat er dann auch dieser eine der das ganze vernichten wollte er dann angeblich ein monster erschaffen auf der basis das ja dann alles dort zerstört hat und die menschen umgebracht hat und so weiter das hat er nur durch seine gedanken erschaffen und das ist vielleicht das spannende wenn es wirklich so ist dass gedanken dass gedanken materie erschaffen können was ja immer wieder behauptet wird auch von der von der seriösen wissenschaft wird es ja behauptet dann könnte das natürlich auch sein dass so ein anfänglicher fake wie der slenderman irgendwann tatsächlich realität wird wenn irgendein mensch ganz fest daran glaubt und es dann irgendwie mit seinen eigenen gedanken so ein wesen tatsächlich materialisiert spannend absolut spannend die frage ist was ist nötig damit aus gedanken materie wird musst du ein besonderer mensch sein musst du als derjenige der da sitzt besondere fähigkeiten haben kann dass jeder muss es eine große masse an menschen sein die das sich auf selber konzentriert dass wir eben spannend das gedanken dass aus gedanken irgendwas schaffen kannst das ist ja ein alter hut das ist ja das ist das was jeder motivationstrainer vor predigt und das funktioniert auch also ich habe es am eigenen leib erfahren und ich predige das auch über meinen kindern dass du alles schaffen und erreichen kannst was du möchtest das ist für mich völlig klar alles was du irgendwie ausmalen kannst und dass du irgendwie schon bildlich vor deinen augen sehen kannst das kannst du auch erreichen also wenn du ein bild kreieren kannst in deinem kopf von dem was du möchtest dann schaffst du das auch dass das davon bin ich felsenfest überzeugt ich bin auch sicher dass der geist materie erschaffen könnte da bin ich mir sicher ob es jetzt ein monster sein kann oder ich meine beschäftige dich irgendwie wochenlang mit irgendwelchen horrorfilmen mit richtig schlimmen horrorfilmen oder wenn du jemand bist der vielleicht für sowas sehr auf sowas vielleicht sehr empfindlich reagiert oder der sehr empfindlich für sowas ist ich kann mich erinnern als kind meine horror karriere in anführungszeichen die fing an mit tanze der vampire was ja eigentlich eine horror komödie ist roman polanski das ist ja eigentlich eine horror komödie für mich als kind das war mein erster in anführungszeichen horrorfilm der tanz der vampire da war ich ein paar jahre alt keine ahnung wie alt ich da war war ich noch nicht so alt acht neun ich weiß es nicht mehr für mich war das ein schlimmer film und für mich war der mit heftigen gefühlen verbunden als ich den geguckt habe ich habe den heimlich geguckt meine eltern schliefen auf der couch und ich habe mich da ins wohnzimmer geschlichen habe mich da in den türrahmen gesetzt dass meine eltern mich sehen konnten falls sie aufwachten und ich habe den film geguckt die ganze zeit also ich hätte eigentlich schon längst im bett sein müssen und ich saß da im türrahmen habe den film geguckt und habe mir da wirklich fast auf deutsch gesagt in die hose gekackt vor lauter angst ich hatte so eine riesen angst als ich den film sah und habe diesen diesen comedy part dieser dieses films habe ich gar nicht aufgenommen für mich hat das das schlimme irgendwie über überwogen und für mich war der film verbunden mit gefühlen mit heftigen gefühlen mit angst und furcht natürlich ich habe die gänsehaut bekommen ich habe gezittert ich verbinde den film mit einem ganz komischen geruch da kann ich jetzt aber nicht sagen ob das irgendwie mein 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 gehirn irgendwie mir vorgegaukelt hat immer wenn ich an diesen film jetzt oder wenn ich an die situation denke wie ich in diesen türrahmen sitze den film heimlich gucke dann habe ich auch noch diesen geruch in der nase so ein bisschen also ich weiß noch wie es gerochen hat in dem moment das habe ich aber nicht wahrgenommen vor dem film bevor als ich da rausgeschlichen bin und auch danach nicht mehr es hat sich auf den film beschränkt also vermutlich hat es irgendwas mit meiner psyche zu tun gehabt ich da irgendwas gerochen habe oder sowas komisches gerochen hatte das ist ein bekannter memory effekt unserer sinne auch wenn du irgendwann mal einen geschmack oder einen geruch von irgendwas aufgenommen hast und dann kannst du 30 40 jahre später wenn du dann plötzlich das irgendwo mal siehst nur im fernsehen siehst entwickelt sich plötzlich in der mund oder in der nase dieser geschmack oder dieser geruch von dieser sache obwohl sie gar nicht gerade greifbar ist was ich dann gehirn dann einfach daran erinnert an an die eindrücke dieser irgendwann mal real hatte das ist ja zum beispiel sehr interessant wenn man diese massen diese massen meditation genimmt genau massen meditation da wurden ja schon tests damit gemacht wurde dann zu einer bestimmten uhrzeit weltweit aufgerufen dass man sich eine bestimmte meditation durchführen soll entweder war damals eine audio aufnahme die man sich anhören konnte oder man hat es selbst eben durchgeführt und es sollte alles zur gleichen zeit passieren und im nachhinein konnte man nachweisen dass durch diese große massen menschen die zur gleichen zeit zu einer friedens meditation zum beispiel durchgeführt haben dass er tatsächlich an diesen tagen die kriminalitätsrate weltweit zurückgegangen jetzt und zwar spürbar also es hat tatsächlich einfluss gehabt dass so viele menschen zur gleichen zeit eine friedens meditation durchgeführt haben das hatte irgendeinen einfluss dann auf die ganze restliche weltbevölkerung das wäre interessant zu recherchieren wie viel da wirklich dran ist ich meine du sagst es jetzt ich glaube das natürlich auch in einem gewissen rahmen aber das wäre interessant da jetzt eine gab es eine richtige studie also ich denke das ist richtig untersucht worden dann auch ja ja das ich weiß es auch nur so dass es eben dann danach dann nachgewiesen werden konnte das tatsächlich man kennt ja die polizeiberichte man kann die anderen auch sich einsehen lassen wie die kriminalitätsrate an gewissen tagen weltweit und so weiter war und angeblich wurde das alles überprüft und kam dann raus dass die signifikant gesunken ist an diesem tag zu dieser zeit auch okay das ist interessant wir haben ja im podcast auch schon darüber gesprochen in einem anderen rahmen dass ich bin ja kein kirchgänger aber dass man in die kirche geht in der kirche irgendwie gebündelt betet dass das auch einen sinn hat natürlich kann jeder für sich zu hause alleine auch beten ohne irgendwie die dienste der kirche in anspruch zu nehmen oder sein geld irgendwie klingelbeutel zu werfen aber dass man in der kirche vielleicht ich das habe ich auch gar nicht so her erzählt dass ich zwar nicht in die kirche gehe jetzt aus eigenen antrieb heraus aber schon ein paar mal in die kirche gehen musste das heißt eine konfirmation oder irgendeine andere eine hochzeit von einem bekannten freund familie mitglied da war ich dann schon mal in der kirche und habe mich natürlich dann auch dementsprechend benommen ich habe es nicht mitgesungen oder mitgebetet weil es nicht mein ding ist aber ich habe mich dann schon anständig benommen das würde ich damit sagen aber guck ich fand das so cool wenn dann jeder aufsteht der pfarrer sagt jetzt wir beten jetzt oder wir singen zusammen dies und das und die leute stehen alle auf und jeder betet und jeder sagt dasselbe nicht dass ich das jetzt feiere was da gesagt wird oder dieses gebet das ist mir dann egal was von mir aus kann man auch das telefonbuch runter rattern aber ich finde cool was da passiert wenn jeder aufsteht und jeder dasselbe sagt also diese 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 die macht dieses gemeinsamen beten das das ist schon irgendwie spürbar das spürt man schon irgendwie dass das gefällt mir das gefühl gefällt mir das ist ja klar dass das diese gedanken dass starke gedanken halt energie erzeugen und energie ist nun mal vorhanden das ist ja auch schon mit aura aufnahmen und so weiter ja nachgewiesen worden dass bei meditation und so und gebeten dass dann eben sich die aura und auch die energie um einen herum verändert und wenn eine große masse von menschen zusammenkommt und das dann ich meine das wird ja in schon seit ewigkeiten wird es ja in vielen traditionen gemeinsames singen diese rituale schamanische rituale wodurch durch singen und trommeln und so weiter die energie hochgebracht wird oder mit der geistigen welt zum beispiel in kontakt tritt ist ja auch zum beispiel bei den seancen beim kai mücke das ist ja auch ein ganz elementarer punkt dass wir gemeinsam dort singen dass wir uns in einer kette zusammen an den händen auch halten und gemeinsam laut zu lauter musik richtig mitsingen und man spürt es dann einfach auch wie in dem raum sich dann einfach die energie erhöht das kann man richtig spüren dass das einfach eine viel kraftvollere atmosphäre um einen herum ist also und dass das damit unter diese bündelung von energie dann auch vielleicht irgendwelche phänomene hervorrufen kann oder eben auch sowas wie ein slenderman oder black i children wer weiß das schon dass wir das nicht damit dann vielleicht tatsächlich schaffen telekinese tele telepathie funktioniert ja alles irgendwo durch energie und sowas dass man dann auch gegenstände bewegen kann einfach nur durch kraft seiner gedanken weil man jetzt einfach es unbedingt will dass sich jetzt dieser gegenstand bewegt die meisten uns glauben halt nicht wirklich dran deswegen funktioniert es wahrscheinlich auch nicht aber tief in uns soll ja allen die fähigkeit schlummern dass wir über unsere gedanken eigentlich dinge bewegen können uns kommen kommunizieren können miteinander durch gedanken die welt ist ja alles andere als als eins jeder ist sich selbst der nächste es gibt leute das ist ein romantischer gedanke es gibt leute die dann sagen mensch wenn die ganze welt irgendwie zusammenhalten würde wenn es wenn es den weltfrieden gäbe wie man so schön sagt das ist ein romantischer gedanke der wird wahrscheinlich das wird wahrscheinlich niemals passieren wenn die welt eins wäre und nicht jeder für sich kämpfen würde was wäre dann möglich vielleicht wenn die gedanken irgendwie alle ja gleich getunt wären dann schau dir doch mal genau mal eben die letzten drei bis vier jahre an was wurde da von oben her versucht mit aller gewalt die spaltung die spaltung der menschen wurde mit aller gewalt versucht die menschen in verschiedene lager aufzuspalten dass sie nicht mehr an einem strang ziehen dass die einen sind sind die die das glauben und die anderen sind die die das glauben und dass man die gegeneinander ein bisschen aufbringt ein alter spruch schon immer von herrschern gewesen spalte und herrsche es wussten schon immer die herrscher dass wenn du das volk das einfache volk gegeneinander aufbringst kannst du jede sauerei durchziehen und dir wird nichts zu lasten gelegt weil die menschen miteinander beschäftigt sind die sind damit beschäftigt sich gegenseitig fertig zu machen und dann kann der herrscher oben tun und lassen was er will und das ist gerade die letzten jahre extrem versucht worden da fragt man sich schon warum vielleicht ist ihnen einfach dass den mächtigen wer auch immer da im hintergrund die fäden zieht einfach ein extremes dorn im auge wenn wir menschen in einer großen masse zusammenhalten und einem strang ziehen dann verlieren sie mitunter vielleicht ihre macht und deswegen wird immer wieder versucht uns gegeneinander aufzuhetzen ja mir ist es so extrem ausgedrückt weil du für dich ist das ist wahrscheinlich tatsache ich kann mir vorstellen dass es so war und deswegen ich würde niemals sagen dass es so ist so wie du das tust weil ja ich glaube ich glaube es zumindest als für sehr wahrscheinlich ja weil dann wird man ganz schnell in eine komische ecke gestellt natürlich kann ich mir vorstellen dass es so ist vorstellen kann ich es mir wissen tue ich es nicht deswegen bin ich ein bisschen vorsichtig mit meinen äußerungen aber ja es hat natürlich den anschein gemacht und man hat es ja auch man hat es ja auch gemerkt wie es auf die menschen gewirkt hat die situation auf die menschen gewirkt hat ob das jetzt von irgendeiner stelle von irgendeiner obrigkeit absichtlich in die wege geleitet wurde oder nicht das weiß ich nicht wie gesagt da will ich keine behauptungen aufstellen ich habe nur gemerkt wie es sich auf die leute ausgewirkt ich habe es im engsten kreis gemerkt hier dass ich eine komplett andere meinung hatte zu zu dem einen oder anderen thema als die engsten menschen um mich herum und dass es da eben streit gab und alles andere als einigkeit herrschte für locker ein jahr das auch viel kaputt gemacht hat es gab eine situation da waren wir in der stadt meine meine kleine tochter und ich und wir konnten beobachten wie jemand in einem kleinen laden kleinem zeitungsladen war da haben die immer nur ein oder zwei personen reingelassen und jemand wollte aus diesem laden raus und vor diesem laden ist eine große stufe lass die mal meter zwanzig auf 60 gewesen sein meter zwanzig breit 60 tief vielleicht und da stand jemand mit einem bein auf dieser stufe und jemand wollte aus dem laden raus und der aus dem laden der der aus dem laden heraus wollte der hat zudem der auf der stufe stand mit seinem bein und sein arm auf dem bein abgestützt hatte sagt das soll weg gehen deshalb was willst du mir geht doch vorbei nein du bist nicht weit genug weg und dann wegen seiner kleinigkeit ob es jetzt nötig ist oder nicht da muss man nicht überstreiten dann gehe ich einfach weg wenn der sagt komm wir weg bevor ich mich da streite gehe ich halt weg den schritt aber genauso gut hätte der eine da vorbeilaufen können da wäre auch nichts passiert und auf jeden fall haben die sich gestritten wie die kesselflicker das ist dann da ist ein streit entbrannt in denen wurden so viele leute mit reingezogen das kannst du gar nicht vorstellen unglaublich und auch ich wurde angesprochen was ich dazu sage ich habe gesagt ich sage da gar nichts dazu lasst mich da bitte raus ich fand das nur sehr erschreckend und das war auch so eine so eine situation die ich vorher in der intensität so noch nicht erlebt habe also wegen so einer kleinigkeit heraus auch dass die leute so wegen seiner kleinigkeit so so krass abgegangen sind ich war sehr erschrocken was das mit den menschen gemacht hat das war nur eine situation von ganz vielen ja besonders diese blockwart mentalität plötzlich hat jeder gemeint er muss wildfremden leuten sagen was er zu tun und zu lassen haben menschen die früher nie in fremden einfach so auf diese art angesprochen hätten haben plötzlich geglaubt ihnen sie haben recht dazu sie dürfen das plötzlich und man hat auch plötzlich gar nicht keine angst und keine scheu mehr gehabt jemanden wildfremden einfach anzupöbeln mitunter sogar ein stinkelfinger zu zeigen zu beleidigen nur weil der jetzt irgendwie vielleicht nicht diese meinungen vertritt die man selber vielleicht in diesem bestimmten thema von dem wir ja hier auch sprechen vertritt und das fand ich also unglaublich erschreckend weil mir das einfach gezeigt hat so was menschen in der lage sind wenn sie von oben so fast schon den freibrief dafür bekommen das fand ich unglaublich erschreckend hat mir auch sehr viel angst gemacht in der hinsicht was da vielleicht noch auf uns zukommen kann wenn das noch ein bisschen weiter gesponnen wird das ganze wenn es ein großes psychogramm gewesen ist dann hat es auf jeden fall deutlich gezeigt zu was die menschheit tatsächlich in der lage ist wenn sie von oben aufgehetzt wird und das ist eben das wo man vorhin sagt mit dem zusammenhalt der menschen wenn das nicht wäre wenn also man nicht so aufgehetzt werden würde gegeneinander dann hätten wir eine unglaubliche kraft wahrscheinlich die ganze menschheit zusammen dann könnten wir wahrscheinlich eine wunderschöne welt generieren in denen es allen gut gehen könnte und wir eigentlich relativ zufrieden und glücklich wären aber stattdessen wird ständig zwietracht gespalten und es wird immer zu neid und missgunst und jeder möchte das meiste haben keiner gönnt dem anderen irgendwas also das sind keine schönen formen die es alles angenommen hat im prinzip hast du natürlich recht im kern hast du natürlich recht das sind dinge die ich auch ganz schlimm fand ganz schrecklich fand zu beobachten wie schnell sowas geht also dass es wirklich auch schnell gehen kann dass viel schlimme sachen in relativ kurzer zeit passieren können ja und zwar von der einen sowohl als auch von der anderen seite aus da hat sich keiner was genommen das ging von beiden seiten aus dass da komischer merkwürdiger und gefährlicher drive entstanden ist fand ich sehr erschreckend der punkt war dass so eine krasse energie die vielleicht irgendwas gutes bewirken kann sicherheit nicht entsteht unter solchen bedingungen und voraussetzungen nein für gute energie muss natürlich müssen auch gute vibes vorhanden sein das heißt die menschen müssen auch positiv gestimmt sein man sagt ja auch immer bei solchen phänomenen wie astral reisen und so weiter da muss man vom gefühl her schon relativ positiv und angstfrei sein sonst funktioniert das im prinzip nicht ne und mit negativen energien könnten sich vielleicht solche wesenheiten wie black eyed children möglicherweise manifestieren oder zumindest in unsere welt treten falls es die jetzt gibt und falls es wirklich irgendeine art dämonen oder sonst was sind vielleicht nutzen die genau dann solche zeiten aus wenn die menschheit mal wieder in irgendeiner krise steckt sehr viel negative energie vor ort ist die leute an sich einfach schon angstvoll sind sorgenvoll sind dann haben vielleicht gerade solche negativen kräfte solche negativen wesenheiten oberhand und können dann einfach mal ihre versuche starten so in unsere welt so ein bisschen einzudringen wenn es ihnen gibt wenn es denn wirklich so ist vorstellbar ist natürlich alles die frage ist was möchten sie hier ja das ist halt die große frage was ist an der unserer welt die wir haben man sagte immer weil wir materielle wesen sind und mit dem man gerne gesagt dämonen übernehmen gerne den körper von menschen weil sie einfach auch mal fleischlich sein wollen weil sie diese diese lebendige hülle einfach auch mal haben wollen ansonsten ja nur ein feinstoffliches wesen sind was vielleicht ja nicht nichts anfassen kann sie wollen halt einfach mal unsere welt auch mal erleben wie das ist ne diese ganzen dinge die wir tun den ganzen tag über das wird ja oft so als grund hergenommen warum diese wesen menschen besetzen oder weil sie vielleicht den ihre seelen haben möchten wird ja auch immer wieder gerne gesagt ne dämon satan will ja dann die seelen der menschen haben um sie dann damit sie eben nicht aufsteigen in himmel oder irgendwas ähnliches ins paradies wohin auch immer sondern das ist eher in die niederen ebenen ab steigen dann in die hölle oder wo auch immer wo die seele sonst vielleicht normalerweise nicht hinkommen würde wenn sie nicht ganz schlimme dinge tut aber wenn sie eben die seele verkauft sozusagen dass sie dann eben trotzdem dahin kommt auch wenn sie sonst nichts schlimmes gemacht haben ja ich meine da gibt es ja natürlich viele theorien in der hinsicht ja da sind wir aber schon wieder im bereich ja vielleicht des christlichen glaubens auch ne die sachen die du jetzt angesprochen hast ja wenn man so die geschichten kennt über die zum beispiel mit thomas höfken öfter mal spreche wie das ganze vorher war bevor die ja christliche kirche da ein bisschen interveniert hat und den leuten ihren glauben aufgezwungen hat an was die leute damals glaubten da gab es das in der form gar nicht ne das ganze himmel und hölle und satan und teufel das alles erst durch die christliche kirche entstanden ne und es gab ja aber das spannende ist doch dass es dass es phänomen dieses diese ganzen paranormalen phänomene nichts ist was man jetzt auf die alte zeit schieben kann und sagen kann ja das haben nur die die vermeintlich dümmeren menschen früher irgendwie geglaubt die dann noch an paranormales und so etwas geglaubt haben sondern es hat sich ja eigentlich gehalten und ich finde sogar das hat inzwischen wieder einen ordentlich an fahrt aufgenommen also gerade durch das internet haben gerade die paranormalen phänomene ob es jetzt fakes sind oder ob es echte sachen sind ja gezeigt oder erzählt werden ich sei jetzt mal dahingestellt aber diese ganze thematik paranormalität hat ja nie irgendwie an schwung verloren früher haben die menschen schon an solche dinge geglaubt wie dämonen satan und sonstige sachen das hat sich nicht verändert heute wird genauso noch daran geglaubt und sich damit beschäftigt also es ist schon selbst für so angeblich weit entwickelt intelligente wesen wie wir es inzwischen sind ich zweifle da mal ein bisschen dran ich denke nicht dass wir wesentlich intelligenter sind als die menschen früher aber es wird ja immer so behauptet aber selbst wir beschäftigen uns ja immer noch mit diesen mit diesen fragen und vielleicht sogar mehr als früher also ich denke schon dass da in vielen paranormalen phänomenen ein echter kern dahinter steckt ein echter ein wahrer kern steckt definitiv dahinter da bin ich absolut überzeugt davon ich bin ja sehr skeptisch und glaube vieles auch nicht oder muss vieles prüfen 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 bis ich dann für mich entscheide da bleibe ich dran oder das lasse ich bleiben aber ich denke dass ja zu 100 prozent dass an all diesen geschichten auf diesen paranormal geschichten geister geschichten poltergeist spuk was weiß ich was es nicht alles gibt dass da ein wahre kern dahinter steckt das glaube ich weil das ganze hat einen ursprung irgendjemand hat damit angst da kam ja nicht irgendwann einer mit der idee um die ecke ja da jetzt leute zu erschrecken und da so eine geschichte zu finden das glaube ich einfach nicht es wird es seit urzeiten werden ja solche dinge berichtet seit menschen kommunizieren können und und sachen weitergeben können wird auch von solchen dingen gesprochen seit uhrzeiten geht das und deswegen glaube ich dazu 100 prozent dran dass es da etwas gibt ich glaube halt dass wir im gegensatz zu den menschen früher die möglichkeit haben vielleicht dem ganzen auf die die sprünge kommen zu können durch unsere technischen möglichkeiten die wir einfach heute haben die früher halt nicht so vorhanden waren aber durch die vernetzung auch das internet die weltweite vernetzung und eben die ganzen technischen spielereien die ja ständig weiterentwickelt werden die geräte werden ja immer besser immer sensibler können immer bessere frequenzen aufnehmen das heißt wir können immer mehr möglicherweise in dieses fernen vordringen die es da vielleicht nicht bei unserer noch gibt möglicherweise diese kameras die immer weiterentwickelt werden vielleicht können die irgendwann tatsächlich diese anderen welten aufnehmen und wir können sie darüber wahrnehmen also ich denke in der hinsicht haben wir bessere karten als unsere vorläufer von vor hunderten von jahren die eben diese spielerei noch nicht hatten die hatten einfach nur ihren normalen menschenverstand und mehr nicht dass die konnten auch nur das mitkriegen was in ihrem direkten umfeld passiert ist wenn jetzt schon allein 500 kilometer weiter was ähnliches passiert ist haben die davon gar nichts mitbekommen die frage ist was braucht es damit solche paranormalen phänomene auftreten ich habe festgestellt dass in meinem bekannten kreis es gibt zwar den ein oder anderen der sich vermeintlich nie dafür großartig interessiert hat auch gesagt hat ihm ist nie was passiert wenn man mal ein bisschen weiter nachgebohrt hat dann ist eben doch was passiert wie letztens einen kollegen gefragt den hast du gestern auch bis in meiner geburtstags feier der hat mir erzählt dass er mal ja da war immer wenn ich darüber rede sagt er ja das glaube ich jetzt nicht und dies das glaube ich nicht das glaube ich nicht und irgendwann also mal privat zusammen saßen erzählt er ich habe es auch hier glaube ich schon mal erzählt hat erzählt er von der geschichte wie er dann irgendwie als kind im sein bett lag und vor seiner tür aus der es zum zimmer hinausgeht wie zum grünen nebel gesehen hat der fast fast sogar ein bisschen humanoid aussah so ganz leicht sage ich mal nur die form vielleicht von einer humanoiden figur hatte also ein leicht angedeuteter kopf und man könnte den rest als körper irgendwie andeuten wie so ein grüner nebel sagt er also wirklich jetzt nichts was was du irgendwie dir so normal herholen kannst mit einer normalen erklärung nachts im zimmer ich meine was soll es sein du bist nachts in deinem zimmer da ist nichts da kommt nichts zum fenster rein weil das fenster zu ist die tür ist zu da ist auch keine keine lichtquelle außer das licht das vom fenster rein scheint wie holst du jetzt so einen grünen nebel daher der ein bisschen humanoid irgendwie aussieht deswegen ja hatte mir dann auch erzählt mensch das habe ich gesehen als kind sonst nie wieder was das habe ich gesehen als kind habe ich gleich gefragt mensch das haus das haus in dem ihr lebt das hat dein vater gebaut also deine eltern haben das gebaut hat niemand vorher gelebt nein sagt da war nur wir drin ist auch keiner vorher drin gestorben irgendwie kein opa keine keine oma etc meine meinung ist ja eh spuken müsste es ja theoretisch überall unser haus steht hier seit 1800 irgendwas selbst davor als da kein haus stand da war hier irgendwas anderes da war halt hier vielleicht ein dorf oder was ich ein holzhaus nur oder vielleicht 20 meter weiter links oder rechts aber menschen gab es überall und menschen überall gestorben das gab es immer ich habe mir vor einer weile ein buch geholt aus der aus der stadt bücherei da geht es um hexenprozesse hier bei uns im koburger raum da habe ich festgestellt dass es hier im koburger raum ich glaube 180 hexenprozesse gab und 130 todesurteile hier bei uns im dorf in dem kleinen dorf in dem ich lebe gab es etliche hexen die dann nach koburg gebracht wurden auf den richtplatz und dort entweder geköpft oder verbrannt wurden dann auch die dörfer um unser dorf herum die kleinen winzigen dörfer du du weißt wie klein mein dorf ist du warst schon hier hier gab es etliche vermeintliche hexen die hier zu tode gekommen sind also es gab was ich damit sagen will es gab überall in jedem kleinen kleinen kaff gab es irgendwie leute die die gestorben sind ums leben gekommen sind also spuken müsste es überall wenn es wenn wir davon reden dass vielleicht es sich bei spuk um seelen handelt die da in unruhe umher wandern ich war mit julia auf der feste koburg und sie hat eine paranormale untersuchung gemacht ich war dabei ich habe mir das mit angeguckt das ist ja echt nicht mein ding also da kann ich echt nicht viel mit anfangen ich fand es aber ganz interessant die hatten sogar so eine kinect kamera dabei auf der man so strichmännchen erkennen kann und angeblich stand da auch mal was neben mir war ganz nah an mir dran haben sie gesagt ich habe da nichts gemerkt oder gespürt auf einmal wurde es kalt irgendwann wurde es mal sehr kalt als man sagte da ist irgendwas dann habe ich eine kälte gespürt aber die hat auch jemand angekündigt vorher muss ich sagen jemand sagt ja merkst du wie kalt es wird dann habe ich auch gemerkt wird ich habe auch erst gemerkt dass es kalt wird als jemand gesagt wird merkst du dass es kalt wird habe ich auch gespürt es wird ein bisschen jetzt wird es aber doch ganz schön kalt auf einmal so macht der suggestion die macht der suggestion ganz genau also so erkläre ich mir das ich es wurde vielleicht nicht wirklich viel kälter ich auch das wurde wurde kälter und ich habe es nur nicht gespürt weil ich zu tun hatte da wäre eben ein gutes technisches gerät recht hilfreich dass man dann eben mit der wärmebildkamera zum beispiel oder ein thermometer einfach dann schaut ist es tatsächlich kühler geworden der moment ja aber der punkt ist zum beispiel auch dass die auf der feste kuburg da so eine paranormale untersuchung gemacht haben also vor der feste das war im du weißt wie es da aussieht vor den burg mauern ist dann dieser dieser ja wie so ein park wo man durchlaufen kann und da kam wirklich fast fast nichts ein paar so stimmen kamen dieser wie haben sie es genannt so eine so eine ghost box wir hatten gestern auch darüber gesprochen glaube ich so eine ghost box hatten die dabei so eine ganz große ein paar stimmen kamen dadurch was immer die die auch gesagt haben ich habe da nichts verstanden da sagen die ja da ist heute nichts los sagen die da ist nicht viel los und ich denke mir so und ich habe es auch gesagt das ist die feste kuburg hier sind mit sicherheit hunderte wenn ich tausende menschen in über die jahrhunderte in und um die feste herum gestorben die da lebten um die feste herum auf den hügel um die feste herum die wurde angegriffen die feste wurde auch ein paar mal angegriffen menschen sind dort ohne ende gestorben im lauf der jahrhunderte auch wie gesagt vor der feste an dem hang und unten in der stadt dann da müsste so viel aktivität sein aber da war nichts also wir müssen ja immer es wird immer wieder behauptet es gibt ja ortsgebundene und personengebundene spukfälle das ist immer das wo so ein bisschen unterschieden wird und ich denke wir sollten bei den ortsgebundenen spukphänomenen noch mal eine starke unterscheidung machen weil ich glaube sehr viele sehr ortsgebundenen spukphänomene die also immer wieder an einem bestimmten ort im bestimmten haus passieren die von vielen leuten schon in gleicher weise auch gesehen worden oder gespürt worden sind ich glaube da ist steckt sehr häufig kein materielles oder sagen wir mal materielles sowieso nicht aber auch kein kein intelligentes wesen dahinter ich denke dass es oft einfach echoes aus der vergangenheit sind energie die eben da sich in den gemäuern an diesem ort gebildet hat und zurückgeblieben ist von damals und dass diese sich immer wieder holt wie so eine dauerschleif wie so ein echo eben wird da immer wieder diese szene oder dieses dieses erlebnis spielt sich immer wieder dort ab und deswegen sehen vielleicht mitunter manche menschen in einem alten schloss immer wieder zur gleichen zeit eine weiße frau zum beispiel entlang laufen die kann man nicht ansprechen die reagiert nicht auf einen die macht immer wieder das gleiche läuft einfach diesen gang entlang verschwindet und nichts und das sind meiner meinung nach keine intelligenten geistwesen sondern das sind dann wirklich nur zurückgebliebene energien echoes eben aus der vergangenheit die sich da immer wieder abspielen und da sollte man noch mal gerade stark unterscheiden weil ich glaube auch nicht dass ein geistwesen an den ort gebunden ist also deswegen man sagt ja immer auf dem friedhof müsste eigentlich am wenigsten los sein weil dort liegen eigentlich nur die knochen von irgendwelchen und die seelen also das was das wesen ausgemacht hat ist ja eigentlich schon längst nicht mehr vorhanden warum sollte das zurückbleiben bei seinen knochen das hat ja dann schon längst wenn man dem glauben schenken will irgendwie eine andere daseinsebene erreicht ist ins jenseits übergetreten wo auch immer das befindet sich nicht mehr dort auf dem friedhof sondern das ist dann wahrscheinlich kann auch sich überall befinden es muss dann nicht an einem bestimmten ort sein das kann dort auftreten es kann dort auftauchen wie auch immer also wenn es jetzt wirklich eine intelligent intelligente entität ist die noch irgendwie so eine art von bewusstsein vielleicht hat dann hängt es nicht an einem bestimmten ort fest ich glaube wie gesagt das sind dann eher so echoes und alles andere phänomene die vielleicht mal irgendwo auftreten und auch immer mal verschieden auftreten so poltergeist phänomene an dem einen tag fliegen teller euch die gegend am nächsten tag knallt die tür zu also immer was anderes das sind glaube ich die interessanteren fälle und da könnte tatsächlich irgendeine intelligente macht mit unter dahinter stecken und alles andere naja auch wenn da viele leute an dem ort gestorben sind glaube ich nicht unbedingt dass da sehr viele zurückgeblieben sind und das was man dort vielleicht findet eben an diesen kriegsschauplätzen oder auch immer das sind dann glaube ich zumindest könnte ich mir vorstellen eben echoes einfach nur frequenzen die sich immer wiederholen ohne intelligenz dahinter das könnte natürlich sein und wenn es wie du sagst so intelligente entitäten gibt ja stelle vor ich würde jetzt sterben ich würde tot umfallen wo würde ich denn sein wollen wenn ich noch ungefähr die gleiche denke hätte wie jetzt du weißt natürlich wie du wie du denkst oder ob du noch denkst oder wie du wie du agierst wenn du tot bist das was übrig bleibt ob das noch genauso agiert von der denke her wie du jetzt ich würde ich würde natürlich hier sein wollen bei denen die mir lieb sind ist so ganz klar also ich würde ich würde wahrscheinlich hier bleiben an diesem ort wenn ich nicht weg will weil ich meine kinder sehen will oder was weiß ich noch ja du hast ja auch liebe menschen die du ja schon verloren hast dann könntest du ja genauso sagen du willst vielleicht bei denen sein bei deinen eltern bei deinen großeltern wer auch immer schon vielleicht von schon verstorben ist und der den du dann als geistwesen möglicherweise vielleicht in dem seiner nähe sein willst außerdem kann ich mir gut vorstellen dass ein geistwesen gar nicht mehr so dieses wie das schon sagt dass dieses denken hat wie wir es haben das ich glaube da ist eine völlig andere art von man hört es ja immer wieder von von menschen die nahtoderlebnisse hatten wenn die dann berichten die wollen eigentlich selten zurück und die haben ja auch hier ihre liebende noch da fragt man sich auch warum sagen viele die mal nahtoderlebnisse hatten das zum beispiel sehr schön verlaufen ist warum die eigentlich dort bleiben wollten eigentlich sich geärgert haben als sie dann der arzt mitunter wieder zurückgeholt hat ins leben da könnte man ja auch sagen aber du hast doch hier deine familie deinen ehemann mitunter deine kinder warum wolltest du nicht wieder zurück ja anscheinend ist das denken in dieser wenn du dann so ein geistwesen bist auch nur vorübergehend vielleicht in einem nahtoderlebnis ist anscheinend völlig anders dass das ist nicht mehr so an dieses weltliche knüpft an dieses zwischenmenschliche vielleicht auch das ist vielleicht ein ganz anderes empfinden und denken aber das wissen wir ja eben nicht ja weil du dann vielleicht auch verstehst in dem moment in dem es dir passiert dass du hier nicht mehr hingehörst ist im moment sondern woanders hingehörst vielleicht macht das dann halt irgendwie legt das einen schalter um und du verstehst okay jetzt das ist jetzt vorbei jetzt muss ich da und dahin das könnte natürlich sein aber wie gesagt das da kann man nur spekulieren das können wir nicht wissen ja also auf jeden fall was du vorhin sagt es ist auf jeden fall wahr dass selbst die menschen die glauben sie haben mit dem thema gar nichts am hut und sie interessieren sich gar nicht dafür wenn du mit denen ins gespräch kommst kann dir jeder aber ich schwöre darauf garantieren kann ich es nicht aber mir ist es irgendeinen fall erzählen aus seinem leben wo ihm irgendwas seltsames widerfahren ist da hat und wenn es nur was kleines ist wenn es nur irgendeine präkognitive geschichte ist also dass er irgendeine vorahnung hatte oder irgend sowas oder gedacht hat an irgendeinen menschen gedacht hat plötzlich hat er angerufen oder sowas aber irgendwas was in den bereich übersinnlich übernatürlich paranormal reingebracht werden kann hat eigentlich fast jeder zu erzählen und dann merkst du auch dass die meisten sich auch dafür interessieren sie beschäftigen sich jetzt nicht wie wir so intensiv damit aber wenn du damit ins gespräch kommst dann dann ist jeder hat jeder offene ohren und interessiert sich dafür und auch echt was hast du schon erlebt was gibt es denn da und mir ist das und das schon passiert gestern auf dem geburtstag wie du sagst es ist ja auch dieser eine von dir dieser ehemalige kollege von dir dem ich mich viel unterhalten habe der hat mir dann auch nachdem er wusste sich mich damit beschäftige dann auch ein fall erzählt von ihm aus seiner familie obwohl er damit auch nichts weiter am hut hat wo dann auch als die als ein verwandter gestorben ist ich weiß nicht mehr genau wer es war ich glaube sein vater war es gewesen bin mir nicht mehr ganz sicher dass die uhr plötzlich stehen geblieben ist nein es war anders ich erzähle ganz kurz oder was du es besser okay die die uhr sein vater ist gestorben und also erst starb der bruder des vaters und genau drei monate später am selben tag keine ahnung es war sieben siebten dritten starb der bruder vom vater und am siebten siebten glaube ich starb genau und ich glaube es war so ich weiß nicht ob es beim vater war oder bei der oma ich glaube beim vater war es der ist glaube ich im zimmer da ist im zimmer der oma gestorben auch ich weiß vielleicht gibt es ganz falsch wieder aber es war ungefähr so im zimmer der oma war da gelegen und ist da gestorben und da stand auf jeden fall ist die oma schon länger tot und in diesem zimmer stand die uhr auf keine ahnung zwölf uhr dreißig oder so das weiß ich nicht mehr ganz genau auf jeden fall stand sie so um die mittagszeit rum ist sie irgendwann mal stehen geblieben jetzt nicht weil die oma gestorben sondern ist halt mal stehen geblieben und die hat halt keiner irgendwie wieder aktiviert diese uhr als dann der vater tot war stand diese uhr auf 18.30 glaube ich sagte also die uhr lief offensichtlich weiter und ist dann auf 18.30 stehen geblieben und das muss dann wohl auch so ungefähr der todeszeitpunkt des vaters gewesen sein also wahrscheinlich habe ich jetzt ein bisschen falsch ja so ähnlich war das gewesen genau im kern glaube ich weiß 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 so als seltsam ist halt ein phänomen was man sehr häufig hört dass gerade uhren sehr häufig stehen bleiben wenn irgendwie jemand ab in dem in der nähe stirbt also das phänomen habe ich schon oft gehört scheint irgendwas dran zu sein aber wohin ich damit vorhin überhaupt wollte als ich das weil ich das angesprochen habe dass du da leute die vermeintlich nichts damit zu tun haben dann ansprichst dann wissen die doch was und dann beschäftigen sie sich doch gerne ab und zu mal ein bisschen mit oder lesen gerne mal ab und zu ein buch das damit zu tun hat oder oder irgendwas anderes in der art lesen mal ein artikel oder gucken youtube videos was ich aber eigentlich sagen wollte ist dass ich leute kenne die wirklich 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 nichts mit dem thema am hut haben damit auch nichts zu tun haben wollen wenn du die anquatscht auf dieses thema die auch gar nichts davon wissen wollen überhaupt nicht darüber reden wollen und dann auch sagen nö das interessiert mich halt wirklich null ich kenne ja jemanden habe ich auch hier schon oft erzählt mein ehemaliger nachbar der sagt er guckt nie in den himmel interessiert die nicht der steht draußen und raucht eine kippe irgendwie auf seinem balkon der guckt nicht in den himmel rein das könnte der schönste sternenhimmel sein das interessiert nicht sagt er was juckt mich was da oben ist sagt er es interessiert mich nicht dass der findet das auch nicht besonders schön es ist da cool aber gut er hat jetzt kein verlangen da hoch zu gucken das kann ich nicht nachvollziehen irgendwie zieht es doch jeden menschen nach oben und wenn du nur irgendwie wie oft gucke ich den mond an und denk mir der ist so ich könnte ihn fast anfassen so nah so groß ist er heute oder so nah in anführungszeichen ist der ich würde ihn ach wie gerne wäre man jetzt mal dort und könnte irgendwie ohne 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 raumanzug irgendwie auf dem mond umhüpfen und sich da ein bisschen umgucken wie cool werden das auf dem mars da zieht es den menschen doch irgendwie hin ins universum ins weltall als wenn wir von dort stammen ja und wenn es jetzt in anführungszeichen in anführungszeichen wirklich nur der mond ist oder der mars oder so die nächsten halt aber es gibt menschen die interessiert das gar nicht auch diese paranormalen phänomene es gibt menschen die ich kenne die es wirklich null interessiert null und denen ist auch nie was passiert deswegen denke ich mir dass es vielleicht auch wirklich leuten passiert die sich damit beschäftigen die offen dafür sind oder so ich habe ja oder diese leute die ist die so vehement bestreiten die wollen es nicht einsehen dass ihnen was passiert ist weil sie ja dann mitunter gegen ihre eigene glauben gegen ihren eigenen glauben agieren also die erleben vielleicht mitunter genauso paranormale dinge aber die die stoßen sie einfach weg die beachten sie nicht weil sie einfach nicht wollen dass da irgendwas paranormales ist weil sie ja nicht daran glauben das gibt es ja einfach nicht also ich glaube denen passiert es auch aber die nehmen es halt nicht so wahr die beschäftigen sich nicht damit ich sage mal so gerade diese dinge mit präkognition das ist doch also ich kann mir nicht vorstellen dass es irgendeinen menschen gibt dem es noch nicht passiert ist der irgendwas erlebt hat wo er vorher daran gedacht hat schon bevor es passiert ist und im nachhinein sagt mensch da habe ich doch vorher erst daran gedacht und allein das ist ja ich meine das kommt für viele die sich jetzt nicht damit beschäftigen die sagen okay ist halt so die für dieses nichts besonderes aber wenn du es mal ganz genau auseinander nimmst diese diese situation dann ist es auch ein bisschen was paranormales gewesen auch wenn es nur was kleines ist aber es war irgendwie eine art von übernatürlicher sache ja ob ich das jetzt übernatürlich als übernatürlich bezeichnen würde weiß ich jetzt auch nicht aber ja ich denke das ist bestimmt schon jedem passiert ja das ist so ein alltägliches phänomen glaube ich dass wirklich jeder schon mal hatte irgendwie eine kleine vorahnung oder telefon klingelt gleich solche sachen klingelt gleich an der tür ja ist wie gesagt nichts großes aber erklär es doch mal auf dem logischen wege was soll es denn sonst gewesen sein als irgendwas übernatürliches was was willst du dann als erklärung dafür hernehmen was nicht irgendwie den bereich der übernatürlichkeit tangiert also es ist ja schon irgendwo weil dann was willst du dann sagen willst du sagen es war zufall naja aber es ist manchmal so alltäglich dass man gar nicht mehr so drüber nachdenkt ob es wirklich irgendwas interessantes dahinter steckt oder nicht ich habe letztens was ausdrucken wollen hier am drucker und habe mir gedacht wetten ich drücke jetzt hier dieses blatt aus und dann ist der die schwarze drucker tinte wieder leer weil das einfach oft oft der fall ist und ich drücke die aus und auf einmal ist die wirklich leer also die hälfte vom blatt auf einmal ist die drucker hinterher die schwarze muss sich nachfüllen habe ich jetzt gewusst oder habe ich jetzt vorausgeahnt weil es schon so oft passiert ist weil weil meist weil es meistens so ist weil es oft so ist hier im haus die kids drucken was aus und dann ist irgendwann keiner füllt das ding nach und dann bleibt es an dir hängen und wenn du es brauchst ist es leer war es jetzt eine vorahnung oder war es halt zufall aber es gibt immer den schönen spruch es gibt keine zufälle gibt es ja manche menschen die vertreten ja diese meinung dass alles irgendwo sein sinn hat und nichts zufällig passiert das glaube ich auch irgendwo ich glaube ich münze es aber nicht auf alles ab auf sowas zum beispiel nicht dass das berechne ich da jetzt nicht mit rein dass jetzt die drucker patronen oder was weiß ich das telefon klingelt oder so glaube nicht dass dass das jetzt alles vorausbestimmt ist dass das so kleinigkeiten auch passieren sowieso größere oder so begegnungen mit mit interessanten menschen glaube ich das halte ich nicht für zufall ich bin schon echt cool menschen begegnet in meinem leben die mir viel gegeben haben die mich weitergebracht haben ja auch mein horizont irgendwie erweitert haben die gespräche und ich denke nicht dass das zufall ist ich glaube manchmal musst du eben jemanden treffen ja also das ist ja immer diese das prinzip der synchronizität dass ich dinge dann einfach finden die einfach irgendwie zusammengehören die irgendwie auf der gleichen wellenlänge sich befinden und also ich meine wie gesagt es sind natürlich kleinigkeiten mit diesem vorauswissen die man täglich eigentlich inzwischen für mich ist es überhaupt nichts besonderes mehr und da sind wirklich manchmal echt große sachen dabei also die schon wirklich massiv sind also aber für jemanden wie mich der sich jetzt schon so lange beschäftigt das tue ich einfach ab das ist für mich inzwischen klar ist also eine der sachen wo ich denke das existiert einfach dass wir dass wir vorauswissen haben weil ich eben ja auch diese theorie verdreht so ein bisschen das zeit nicht so existiert wie wir es kennen nicht so singular verläuft sondern eben das vergangenheit gegenwart und zukunft irgendwo ineinander greifen und wird deswegen einfach die zukunft mitunter schon kennen und manchmal unterbewusst halt einfach dann auch diese informationen unser bewusstsein überschwappen und wir dann einfach was wissen was halt in der zukunft passiert ohne uns darüber großartig gedanken zu machen wenn man es bewusst versucht klappt es meistens nicht kannst du mal probieren wenn du wenn irgend so was funktioniert hat mit dem anderen bekannten zusammen dass man uns genau das gleiche denkt zur gleichen zeit und es fällt auf und man sagt danach kommt das probieren wir jetzt nochmals denk beide ans gleiche dann funktioniert es definitiv nicht also höchstens durch zufall dann wirklich aber und deswegen solche dinge die beachte ich schon gar nicht mehr so sehr die gehören zu meinem täglichen leben dazu das sind für mich normale phänomene geworden aber für jemanden der sich nicht damit beschäftigt glaube ich könnte das dann schon manchmal sehr spannend sein aber ich glaube viele eben von denen die nehmen es nicht die wollen es nicht zulassen die haben es erlebt und haben sich vielleicht in dem moment auch darüber gewundert aber schieben es dann gleich wieder weg nee was paranormales kann das nicht sein das gibt es ja alles nicht das ja alles schmarrn aber wenn ich damit ihnen näher unterhält dann kannst du vielleicht manchmal doch was rauslocken und sie dafür begeistern ja ist dann doch die oma gestorben und stand dann am bettende was schon gesagt wer weiß also Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020